Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Minecraft. Ich stehe immer noch vor der tollen Höhle, die ich versucht habe letztes Mal auszubauen. Das wollte ich alles weg machen. Habe mir aber jetzt doch überlegt, direkt in die Höhle zu gehen. Denn ich brauche Zeugs. Ich habe hier nichts. Ich kann keine Fackeln machen. Ich kann gar nichts machen. Deswegen werde ich jetzt das Ding hier... Warte mal, wie viel Holz habe ich denn? Ich habe sechs Holz und vier Stück. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Holz... Holz hacken. Ich hacke mal besser Holz. Wo ist denn... Oh Mann, ich bin so dämlich. Ich mache mal eben sowas. Und dann mache ich das hier hin und das da hin. Ich sollte die Bäume vielleicht eben auch pflanzen, dann habe ich die hier auch wieder. Ich hoffe auch sehr... Entschuldige, kurz aufstoßen. Dass ich auch wieder hier hin zurück finde. Das wäre ja so der Burner, wenn ich jetzt hier echt festhänge. Und keine Ahnung habe, wo ich eigentlich war. Das wäre ziemlich dämlich. So, dann pflanzen wir mal fleißig Bäumchen. Hier, hier, hier und hier. Und hier. Oh, ist ein bisschen laut. So. Ein bisschen leiser gemacht. Dann. Ja, genau. Mit der Spitzhacke geht das auch. Hopp. Ah, das ist wieder so dunkel, ne? Das ist ein bisschen blöd. Also ich würde gerne in die... Oh, ich konnte nicht trauen. Ich würde gerne direkt in die Höhle gleich gehen. Also in die Schlucht, die wir letztes Mal gefunden haben. Aber ich würde halt ganz gerne ein bisschen Holz mitnehmen. Das ist nämlich ziemlich wichtig, vor allem für Fackeln. Sonst hängen wir nämlich da in der Höhle und... Ja. Huch. Das wäre nicht so gut, wenn wir dann in der Höhle hängen und wir wissen gar nicht, wo wir hingehen. Und auch nicht mehr, wo wir waren. Und dann sehen wir auch nichts. Das ist natürlich auch ziemlich doof. So. Da ist noch ein Block. Ähm. Ich finde das ja immer so geil. Ich habe echt Angst, dass ich das nicht wiederfinde. Wenn ich hier aus der Höhle nachher wieder rauskomme und dann hänge ich hier und denke mir, what the fuck. Wo war das denn jetzt? Ah, da ist Kohle, Leute. Nee, das ist keine Kohle. Doch, das ist Kohle da. Yay! Das ist sehr, sehr cool, dass hier schon Kohle ist. Da habe ich ja auch überlegt, dass ich nicht einfach den Berg hier ab... Ähm. Reiße. Das ist richtig viel Kohle, das ist ja cool. Hier ist ja noch mehr. Da ist ja noch mehr hinten, das ist ja irre. Das freut mich. Nee, das ist ein normaler Stein. Ist ja doof, wenn das dunkel ist, dann sieht man das nicht. So, das war's. Aber hier wäre noch ein Block, meine ich, ne? Nee, doch nicht. Okay. No. Hallo, Kuh. Hallo. Stoop. Hii. Ja, bist du sauer, ne? Habe ich da runtergeschubst. So, wie viel Holz habe ich denn? Das ist ja nicht wirklich viel, ne? Sollte mehr Holz abbauen. Ähm. War's das? Nee, da ist noch... Da ist noch ein Stück. Habe ich alles? Habe ich alles? Jawohl. Die Kuh auf dem Berg da oben ist ja auch Hammer, ne? Hier kam ich nicht dran, ne? Aus unerklärlichen Gründen. Wo ist es hin? Habe ich es eingesammelt? Wahrscheinlich so. Ähm. Wie fucken kann ich denn jetzt hier machen? Ach, ich bin da so dämlich, ne? So, 64 und 49 und daraus ähm. So, 64 10 und nochmal 34 und ein einzelner Block. dann könnte ich theoretisch 34 und cool. Einmal 64 das sollte eigentlich reichen und ich könnte noch einmal 4 machen. Dann sollte das eigentlich genügen für den Anfang. So, ich werde aber irgendwie muss ich das hier markieren. Ich weiß nicht, wie ich das markieren soll. Wie viele Steine habe ich? Ich habe eigentlich sehr viele Steine. Ähm. Ich würde nichts anfangen und dann hier, wie gesagt, irgendwo landen, wo ich gar nicht landen will. Ich will ja eigentlich hier gerne hier hin zurück. Ah, der den äh. Oh, jetzt habe ich ihn nebeneinander gesetzt. Nein! Das wollte ich nicht. Hier ist ja schon die Schlucht. Die ist ja direkt neben unserer Haustür quasi. Ah, ich habe echt Angst, da rein zu gehen, hier nicht mehr hin zurück zu finden. Aber eigentlich ist das ja eine sehr charakteristische Gegend hier mit dem Berg und dem Wasserfall und am anderen Ende der Wasserfall mit dem Lavafall noch. Und hier ist ja auch ein Wasserfall. Also ich müsste es eigentlich hinkriegen, zurück zu finden. Ich habe Angst. Wie tief ist das denn? Wie tief ist das? Das würde ich auch... Sollen wir mal einen Stein rein... oder das Stein hier reinschmeißen? Boah, das ist echt... Das ist extrem tief. Ich könnte aber mit dem Wasserfall zurück nach oben. Den Wasserfall kann man so ein bisschen als Aufzug verwenden. Allerdings glaube ich nur, wenn das komplett geschlossen ist. Aber ich... Will ich da rein? Ich muss da rein. Ich will da rein. Ich will und ich... Hallo? Ich will und ich muss. Und gerade... Boah, das ist so cool. Guckt euch das an. Das ist doch der Hammer. Ja gut, dann... Oh, das Eisen. Ich sehe es. Autsch. Oh, ist das geil hier. Freunde, guckt euch das an. Das ist so cool. Ähm. Oh. Das wir es in einer Hülle befinden, habe ich mittlerweile auch schon festgestellt. Leute, guck mal, da geht es noch weiter. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Es ist der Hammer, Leute. Wirklich. Also ich bin echt begeistert. Ich habe noch nie so eine geile Minecraft-Welt gesehen. Das ist richtig cool. Komme ich hier rüber? Oh, das wäre natürlich auch sehr... Das wäre natürlich auch sehr... Was war das denn? Das war ja mal ein... Ach, ich habe die Fackel abgeschlagen, ne? Ich habe hier doch eine Fackel gesetzt. So, Bams. So. Da unten müsste Lava sein. Da ist es auch so hell. Oder ist es wegen dem Tageslicht? Aha, super. Er kann von hier, es ist circa zwei Meter oder drei Meter, kann er eine Fackel, ähm... Ja, manchmal ist das Spiel nicht sehr realistisch. So, den Steg hier drüber mache ich mir ein bisschen stabiler. Ich habe mich ein bisschen Schiss vor, da runter zu fallen. Ich würde gerne da hinten hin. Boah, ist das geil! Ich bin sowas von hellauf begeistert. Das ist so cool. Ich würde auch gerne hinten weitergehen, aber ich würde auch irgendwie hier rein. Hier komme ich wenigstens wieder raus. Später. Äh, Fackel? So. Fliede Maus! Boah, wie tief geht das? Fliede Maus! Ah, da unten ist Kohle. Hat es gerade geblitzt? Also nicht im Spiel, sondern hier bei mir. Das hat sich gerade sehr seltsam gemacht. Klatsch! Ich bin unten. So. Und da geht es auch noch um die Ecke. Gott, Leute. Erstmal Kohle abbauen. Das ist schon mal wichtig. Kohle ist sehr wichtig. Fackeln ist eigentlich auch sehr wichtig. Ich darf eigentlich gar nicht so verschwenderisch sein. Ich habe es nur noch 53 Fackeln in Anführungsstrichen. Aber das ist eigentlich ganz gut. Wenn wir keine Fackeln mehr haben, drehe ich einfach komplett um und mache dann quasi zu Hause weiter und komme ja dann auch wieder zurück, weil ich ja nur die paar Fackeln gesetzt habe, in Anführungsstrichen. Ähm, so. Heps und heps. Und hier war da noch irgendwo Eisen. Und da geht es auch noch weiter. Da kam auch die Fledermaus. Ob da gesehen? Hier ist Lava irgendwo. Hier muss ich aufpassen. Geile Sache. Unser erstes Eisen. Ist hier noch was? Da ist noch was. So, das war's. Hier ist irgendwo Lava. Links. Links ist irgendwo Lava. Also könnte mir hier eigentlich nichts passieren. Das ist mir ja schon mal passiert. Da habe ich hier schön freudig gegraben. Da war ich auch sehr happy, dass ich hier so viel... Das war Eisen. Da habe ich eine richtig schöne Eisenader gefunden. Und ähm, grabe mich dann so nach oben. Und dann wurde ich vom Lava-Strom überrascht. Und das Problem ist, ich war in so einem... Ja, in so einer kleinen Nische war ich da drin. Ich kam da nicht mehr raus. Weil ich dann erst wieder ein Stück nach unten musste und dann wieder nach oben. Ja, dann war ich auf einmal... ...verbrannt. Das fand ich nicht witzig. So, hier ist keine Lava mehr. Ich höre zumindest nichts. Ich habe auch irgendwann mal vor, so einen Stollen zu machen, wo man dann auch immer zu mal hingehen könnte und weitergraben. Also nicht so was Fertiges, wie wir das jetzt hier haben. Das ist ja so quasi eine fertige Höhle, die jetzt auch hier schon an der einen Seite zu Ende ist. Aber man könnte diese Höhle halt als Stollen machen, mit mehreren Etagen. So in die Etagen, die man hat, wie hier zum Beispiel, dass man hier einfach dann weitergräbt. Weil dahinter ist ja auf jeden Fall noch irgendwas. Aber das will ich jetzt nicht am Anfang machen. Das machen wir irgendwann später. Aber das ist so der Plan. So, ich kam von da oben und wollte jetzt da hinten rum. Was ist das denn? Da ist ja die Federmaus rum. So, hier geht es auch noch weiter. Ja, du zeigst mir den Weg, ne? Ja, okay. Ja, super. Und jetzt hänge ich hier in einer Sackgasse. Ich buddel mal. Aber dahinter ist nichts. Redstone wäre natürlich sehr interessant. Und, äh, ja, Diamanten, ne? Diamanten wäre richtig cool. So, ich grabe mich mal hoch. Hier links irgendwo ist Lava. Ich muss aufpassen, dass ich die Fackeln nicht abmache. Das wäre nicht so nice. So, hübs. Hübs, 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 hübs. Hallo, da bin ich wieder. So, ich bin jetzt hier runter und ich kam von da, ne? Und ich könnte hier hin. Da ist Kohle. Kohle ist immer gut. Kohle ist wichtig. Wir brauchen so viel Kohle hier in diesem in diesem Minecraft-Leben. Ja, und dann, äh, ja, müssen wir uns erst mal ein bisschen was ansammeln. Dann könnten wir eigentlich, nachdem wir diese tolle kleine Höhlentour gemacht haben, eigentlich dann auch die Welt anfangen zu bauen. weil ich bin eigentlich sehr zuverlässig, dass wir hier mit genug Kohle rauskommen. Hier ist nichts mehr, ne? Ne, hier ist ja schon wieder Sackgasse. Okay. Dass wir hier mit genug Kohle rauskommen, dass wir halt ganz viel beleuchten können und, äh, eine Zeit lang dann nicht in irgendeine Höhle müssen. So, hier ist quasi erstmal fertig. Hier oben geht's nicht weiter, ne? Da oben ist nichts. Okay, da oben ist nichts. Also, ich könnte jetzt entweder links rum oder hier runter. Möchte ich da runter? Ich möchte schon da runter, aber nicht jetzt. Ich würde lieber hier weiter links gehen, um einfach mal zu schauen. Ja, warte, ich muss mal mit dem Tag kurz. Also, wir haben jetzt 15 Kohle und leider erst 45, nee, andersrum, 15 Eisenerz und, ähm, 45 Kohle. So, den setze ich mal hier hin. Ein bisschen Holz. Und wir haben noch 47 beziehungsweise 51 Fackeln. Okay, wenn die weg sind, dann gehen wir zurück. Das ist wichtig. So, ich brauche Fackeln. Fackeln. So, ich setze da mal eine Fackel hin. Dann hätte ich hier gerne einen Block. Oder auch zwei. Hier hätte ich gerne einen Block und dort hätte ich auch gerne einen Block, aber ich möchte hier ungern runterfallen. Dann verbinde ich das Ganze mal hier so ein bisschen und setze eine Fackel. Und zwar genau da. Hier ist noch Erde. Es spitzt sich hier so ein bisschen zu. Ich nehme an, das geht irgendwann nicht mehr weiter hier. Ich denke mal, dass es das jetzt gerade war. Ich brauche Licht. Jo, also hier ist quasi Ende. Hier ist Ende. Ich habe keine Schaufel, ne? Ich wollte... Oh, Gott sei Dank war hier ein Vorsprung. Eigentlich wollte ich auch die Workbank... Die Workbank... Workbank... Die wollte ich eigentlich... Ne, das war falsch. Die wollte ich eigentlich mitgenommen haben, weil... das... klug gewesen wäre. denn... Denn... Sonst werden die... Laufen würde ich jetzt nicht nennen, aber das Arbeitsbettdreher... Ich bin unten. Ich bin unten. Ich bin angekommen. Hier bin ich. Hier ist Eisenerz. Sehr schön. Ja, es könnte alles nachher kaputt gehen. Also muss ich nachher noch ein bisschen Holz opfern und mir eine Workbench bauen. Ah, hier ist ja schon Ende. Okay, das ist ja geil. Da hinten ist ein bisschen das Tageslicht, aber wir sind auch nicht ganz unten, wie ich gerade sehe. Da geht es auch noch ein Stückchen tiefer. So, bam. Ein bisschen Kohlefarben. Das ist immer schön. Kohlefarben. Das ist immer sehr wichtig. Interessanter aber ist natürlich jetzt mit Monstern, aber ganz ehrlich, wir stehen noch am Anfang. Ich möchte ja erst mal ein bisschen was aufbauen, bevor ich jetzt hier irgendwie mich todesmutig in eine Schlucht werfe und dann auch noch von irgendwelchen Creepern, Bogenschützen oder Skeletten oder sonst irgendwas verfolgt werde. Das fände ich dann nicht so geil. Deswegen, also die ersten 50 Folgen oder so, bis wir ein Häuschen haben und eine Lagerhütte und so weiter, werde ich auch friedlich spielen. Da habe ich nämlich nicht so das Interesse, direkt am Anfang in jeder Folge zu sterben. Bis wir also eine vernünftige Rüstung haben, wäre das eigentlich... Fuck. Wäre das eigentlich ganz in Ordnung. So, jetzt muss ich mir leider eine Workbench bauen. Das ärgert mich, dass ich die nicht mitgenommen habe. Fuck. Naja, dann stelle ich die erstmal dahin. So, bam. Wollte ich die gerade schon wieder abbauen. So, und... Stein. Ich habe da nur Stein, ne? Okay, dann habe ich jetzt das. Vielleicht soll ich direkt ein paar machen. Jo. Mache ich direkt noch eine zweite. Dann kommen wir damit auch mehr länger hin. So, das Ding nehme ich aber wieder mit hier. Das mache ich mit der Acker. Das geht schneller. Ist ja... Holz. So. Ja, und wenn wir dann halt zu Hause sind wieder, wo ich auch hoffe, dass wir zurückfinden, werde ich dann auch direkt einen Ofen craften und dann können wir auch schön Eisen schmelzen als Barren und dann geht's richtig los. Oh Gott. Das ist auch noch Wasser. Seht ihr das? Ja, das ist ja mal richtig Hammer. Ich bin so froh... Also, ich bin richtig froh, dass wir hier gespawnt sind. Also, wie gesagt, ich bin nicht weit von hier gespawnt. Ich bin wieder zwei Minuten gelaufen, eigentlich nur um den Berg rum. Und kam dann an diesen Lavawasserfall aus und entdecke dann in der ersten Folge direkt diese geile, herrliche Schlucht. Und guck mal, guck mal. Hier geht's auch direkt weiter. Das ist doch der Hammer. Das ist doch wirklich... Das ist doch so geil. Oh Gott, hier geht's auch noch weiter. Es hätte uns besser nicht treffen können, eigentlich. So. Ich werbe jetzt gar nicht auf die Uku, wie lange ich schon aufnehme. Egal. Fünf Minuten mache ich noch und dann beende ich den Part. Bistin Maul. Huch. Hier ist Wasser irgendwo. Natürlich direkt hier drunter. So, so, die Kohle einsammeln und hier wieder raus. Hier war nämlich auch noch Eisen. Hier war auch noch Eisen. Ich komm mir nicht hoch. Dahinter ist bestimmt. Hinter dem Ding da ist wahrscheinlich Wasser. So, dann tausse ich das mal eben, weil ich möchte die gerne hoch. noch mehr Höhle. Leute, da hinten geht's aber auch übelst tief rein, ey. So, ich stehe mich mal kurz. Oh, da ist Wasser. Da unten ist Lava wahrscheinlich, deswegen ist es auch so hell. Guckt euch das an. Das ist doch... Das ist so geil. Ich bin so begeistert. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Erstens das und zweitens werden wir sterben. Wenn ich wahrscheinlich irgendwo runterfalle. Die Taschen voll mit Rohstoffen. Also ich werde da runterstürzen und sterben. Das habe ich echt so im Gefühl. Ich werde hier wieder mal eine Brücke rüberbauen. Das wäre von Vorteil. Geht das hier? Ja, sehr schön. Oh, hier ist aber die Musik schön. Huch. So, Fackel. Fackel. Oh Gott. Geht hier noch so weit rein. Ich werde hier nie wieder lebens rauskommen. So, ich bau das noch ab und dann wähl ich den Part. Dann sehen wir uns entweder gleich oder morgen oder in der nächsten Folge sehen wir uns auf jeden Fall oder hören uns viel mehr wieder. Apropos Sehen. Sehen kommt auch irgendwann mal. Vielleicht auch so auf Folge 30. Mal schauen. Boah, ist das krass. Ach, wie schön. Das mache ich aber zu. Warte, das mache ich mal eben schnell zu. Das nervt mich jetzt hier. Huch. Das war der falsche Knopf. Ja, bevor ich jetzt gleich hier in, äh, ich glaube hier ist Sackgasse, ne? Da oben, oh Gott. Ne, also da oben gehen wir beim nächsten Mal hin. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschaui.